Zoll. So, jetzt ist meine Schwester hier Schülerin. Jetzt ist sie auch angemeldet offiziell. Schaut mal, hier sind alle Leute und die lernt sich alle bald kennen. Ich möchte das Ganze nicht, weil... Weil, sie ist halt... Die ist nicht uncool, aber sie ist halt... Das ist peinlich. Hey Leute, was geht? Wir sind Claudio hier in Adopt Me City. Freunde! Ja, meine Schwester ist da. Und meine Schwester bleibt doch erstmal hier. Sie ist ganz schön nervig. Ich weiß, ich heiße zwar der nervige Claudio, aber meine Schwester ist um einiges nervig als ich. Liegt das in der Familie, dass wir alle so nervig sind? Ich glaube, da... Ich glaube, da ist irgendwas... Ja. Na gut, das macht mir zu denken. Aber gut. Freunde, ihr seht schon hier. Ich bin gerade bei Pet Trainer Shane. Und zwar, Shane bringt mir jetzt bei... Also, Payne trainiert jetzt mein Pet, mein Bad. Das muss auch noch irgendwann zum Neon werden. Das heißt, ich verbringe viel Zeit damit. Meine Schwester hat jetzt ein eigenes Haus, was eigentlich nicht so toll ist, weil ich muss das bezahlen. Ich habe mir jetzt mein altes Haus geschenkt. Ich hoffe, sie lässt das Haus auch so und streicht nicht die Wand oder so, weil das wäre nicht so cool. So, Shane. Ja, bring mal jetzt ihm was bei. Was bringst du ihm bei? Sit, okay, setz dich im Bett. Du musst auch zuhören. Ich habe noch keinen coolen Namen für mein Haustier. Für die Fledermaus. Was denkt ihr? Schreibt es gerne in die Kommentare, ob ich da vielleicht einen coolen Namen geben kann. Ich meine, mir fällt bis jetzt keiner an. Batman? Nee, Batman ist nicht so cool. Ist ja eine Fledermaus. Hey Leute, hier ist Mara und wisst ihr, ich will ja in Adopt Me City bleiben. Aber dafür muss ich das erstmal noch mit meinem Bruder Baby Claudio abklären. Aber ich glaube, der ist überhaupt nicht begeistert davon. Und natürlich muss ich auch in die Schule gehen, wenn ich in Adopt Me City wohne. Also ich meine, das kann ich ja dann nicht vernachlässigen. Und deshalb gehe ich jetzt direkt erstmal in die Schule und versuche mich dort selbst anzumelden. Und wenn das nicht gehen sollte, dann muss Baby Claudio das für mich übernehmen. Hallo? Hallo. Sind Sie der Schulleiter da vorne? Hi, ich bin Mara. Ich bin die Schwester von Baby Claudio und ich würde auch gerne hier zur Schule gehen. Ach, dafür muss ich... Oh. Okay. Ich kann das gar nicht selber machen. Nein, ich habe leider hier noch keine Eltern. Meine Eltern wohnen nicht hier. Okay. Okay, dann bespreche ich das mal mit Baby Claudio. So, vielleicht kann er mir ja helfen. So ein Mist. Hm. Oh, hi. Oh, bist du der Haustiertrainer? Das finde ich ja richtig cool. So was will ich auch mal machen, wenn ich groß bin. Also, größer als jetzt. Okay, wo finde ich denn Baby Claudio? Meint ihr, der ist schon wieder zu Hause? Soll ich dort mal nachschauen? Obwohl, mir haben einige von euch gesagt, dass ich mich wohl teleportieren kann in diesem Spiel. Aber ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Hallo? Wo finde ich denn jetzt dein Haus? Das hier? Oh, ich glaube, ich habe es gefunden. Baby Claudio? Bruder Herz! Ach nein, wenn ich das schon wieder höre. Ich habe keine Lust auf dich. Hey Bruder Herzchen, Mama hier. Ja, deine Stimme erkennt man von 500... Deine Lieblingsschwester. Dein Pinguin sieht lustig aus mit der Kapuze, wenn er so über den Boden schleift. Ja, ich weiß. Ja, aber der ist schmutzig. Ziemlich süß, oder? Du musst dich besser um deinen Haustier kümmern. Schau mal, der ist müde und der ist schmutzig. Es tut mir leid, ich bin noch nicht so lange hier. Ich kann das noch nicht so gut. Du bist nicht lange hier und du bleibst auch nicht lange hier. Doch, ich habe das schon gesagt. Ich will in der Dark New City bleiben. Mara, äh... Aber da komme ich auch direkt zum Thema. Was ist ein Thema? Nein, kein Thema. Du bleibst nicht hier, egal was du jetzt sagst. Natürlich bleibe ich in der Dark New City. Du kannst mir das nicht verbieten. Mara, wir hatten schöne Tage gemeinsam und ich habe dir Sachen gekauft. Du hast mich geprankt. Und es hat sich angefühlt wie damals, als wir noch zusammen waren, als wir zusammen gewohnt haben, meine ich. Äh, ja, wie Bruder und Schwester natürlich, aber jetzt kannst du auch wieder gehen. Claudio? Ja, was ist denn, Mara? Was möchtest du denn? Soll ich deinen Spitznamen auspacken? Äh, äh, Mara, okay, okay, okay. Äh, Mara, äh, was möchtest du? Äh, ja, wie kann ich dir helfen? Mhm, ich dachte mir schon, dass wir hier auf einen Nenner kommen. Also, pass auf, Folgendes. Ich war gerade in der Schule und ich wollte mich dort anmelden, damit ich auch in die Schule gehen kann. Aber mir wurde gesagt, ich kann das gar nicht alleine. Das müssten meine Eltern machen. Aber du weißt doch, dass unsere Eltern hier gar nicht wohnen. Und Mr. Fissi hat dann gesagt, dass du das auch für mich erledigen könntest. Deshalb dachte ich, du könntest mich einfach einmal in der Schule anmelden. Okay, Mara. Ja, äh, das Ganze ist natürlich toll. Aber, Mara, ähm, Mama und Papa sind davon, glaube ich, nicht so begeistert, weil du kannst dich einfach hier wohl. Mama und Papa finden das toll. Die finden sowieso, dass wir viel mehr Zeit zusammen verbringen sollten. Ja, haben wir doch jetzt die letzten Tage. Wir sind doch ein riesengroß, ein großer Unterschied. Das weißt du ganz genau. Und wenn wir Zeit miteinander verbringen, dann ergänzen wir uns perfekt. Also, Mama und Papa sind total begeistert davon, dass wir mehr Zeit miteinander verbringen, Baby Claudio. Ja, du bist nervig und ich bin halt der Coole von uns beiden. Das stimmt. Und wir sind so unterschiedlich. Du bist absolut nicht cool, Baby Claudio. Ja, und was, was, nein, du kannst nicht hier wohnen. Das geht nicht. Du bist, erstens, du bist eine Schwester. Das ist ultra peinlich. Ich will auch nicht in deinem Haus wohnen. Ich will ja nur bei dir zur Schule gehen. Jetzt beruhig dich doch mal. Ja, und du... Du musstest mich einfach dort anmelden. Ja, warum muss ich das denn machen? Du kannst doch Mama und Papa fangen. Ach komm schon, jetzt sei doch kein Stinkstiefel. Ja, bin ich dich, aber... Das Ganze ist doch Mama und Papa abgesprochen. Ja. Also ich soll jetzt in die Schule gehen und dich anmelden, damit du in dieselbe Schule gehst wie ich und dieselben Freunde dann hast wie ich. Offensichtlich ist es jetzt auch mal bis zu dir durchgedrungen, was ich von dir verlange. Du hast schon immer nicht so wirklich der Hellste, weißt du? Ja gut, dann warte hier, dann kümmere ich mich doch um. Aber sei nett zu Mr. Fissi. Mir schien so, als wäre er ein echt korrekter Typ. Ja, wohin willst du denn? Bleib doch bei mir zu Hause. Wohin willst du? Okay, dann bleibe ich halt bei dir zu Hause. Ach man, Freunde. Jetzt muss ich mich darum kümmern, dass Mama hier wohnt. Aber ich will das Ganze nicht, weil das ist... Ich meine, gut, sie ist nicht allzu peinlich. Aber es ist nicht cool, dass meine Schwester hier wohnt, weil dann lässt sie meine Freundin kennen und dann ist das so peinlich, weil sie ist schon ziemlich nervig. Ich meine, ich verbringe halt nicht so gerne Zeit mit ihr, weil sie ist schon nervig. Und ihr habt es ja gesehen, sie scammt mich noch mehr als ich andere Leute, was ich nicht tue außerdem. Ich scamme nur, ich scamme nur meine Freunde. Baby René, den scamme ich. Aber das machen wir so als freundschaftlich. Das machen wir so als freundschaftlich. Okay, jetzt bin ich hier. Pet Trainer Schengen. Ja, zu Schengen will ich gar nicht. Ich will das Ganze doch gar nicht. Jetzt muss ich dich anmelden. Hallo, Mr. Fizzy. Ja. Ach, Mara war schon hier. Ja. Ja, Mr. Fizzy, ich weiß, sie ist ziemlich nervig und meine Schwester... Was? Nein, deshalb heiße ich nicht, der nervige Claudio. Nicht, weil wir alle in der Familie nervig sind. Nur sie ist nervig. Ja, Mr. Fizzy. Ich muss leider Mara auch hier auf der Schule anmelden. Äh, aber Mr. Fizzy, können wir vielleicht so eine Regelung machen, wenn Mara zunäufig wird, dass sie dann sie von der Schule verweisen, sodass sie dann wieder zurück nach Overlook Bay hin muss. Nein, das ist nicht möglich. Für alle gelten die gleichen Regeln. Oh, Mr. Fizzy, ich dachte, wir kennen uns länger. Na gut, Mr. Fizzy. Ja, gut. Dann ist jetzt Mara eine offizielle Schülerin auf der Schule hier. Ja, gut. So, jetzt ist meine Schwester hier Schülerin. Jetzt ist sie auch angemeldet offiziell. Schaut mal, hier sind alle Leute und die lernt sich alle bald kennen. Ich möchte das Ganze nicht, weil... Weil sie ist halt... Sie ist nicht uncool, aber sie ist halt... Das ist peinlich. Mir dauert das hier irgendwie alles viel zu lange. Baby Claudio meldet mich bestimmt gar nicht in der Schule an. Das macht mich wahnsinnig. Jedes Mal. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, dass er jetzt endlich mal ein bisschen erwachsener wird und sich darüber freut. So, Mara. Hi, das hat ja ewig gedauert. Hast du mich auch angemeldet in der Schule? Kann ich jetzt endlich hingehen? Ja, du kannst erinnern, aber weißt du, wie viele Formulare ich ausfüllen müsste? Ach, entspann dich. Du kannst doch eh nicht so gut lesen. Du hast wahrscheinlich einfach deine Unterschrift... Ja, Moment, Moment, bleib jetzt hier. Wir sprechen doch. Ansonsten kriege ich die Flappel. Das kackst du nicht einfach so und das weißt du ganz genau. So, jetzt bleibst du hier. So, Mara. Ein paar wesentliche Regeln sollten wir auf jeden Fall aufstellen und an die wirst du dich auch halten. Aha. Meine Freunde sind meine Freunde. Das heißt, du suchst dir neue Freunde. Du suchst dir Freunde, denen du keine Geheimnisse über mich erzählst. Du erzählst denen nicht, wie mein Spitzname ist. Denn das ist ein Geheimnis zwischen dir, mir, Mama und Papa. Baby Claudio, du weißt ganz genau, dass das mein Druckmittel für immer für dich sein wird. Und wenn ich es möchte, dann packe ich es aus. Nein, Mara, das ist es nicht. Denn ansonsten rufe ich Mama und Papa an und die holen dich hier ganz schnell wieder runter. Das glaube ich nicht. Mama und Papa finden deinen Spitznamen genauso süß, wie ich ihn finde. Der ist nicht süß. Das ist total peinlich. Und das ist kein cooler Spitzname. So, Mara, aber abgesehen davon, so. Meine Freunde sind tabu. Du suchst dir eigene Freunde. Eigene, 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 eigene Freunde. Ich hab's verstanden. Ich will sowieso nichts mit den komischen Leuten zu tun haben, mit denen du was zu tun hast. Vielleicht freunde ich mich ja mit Mama Dania an oder so. Mama Dania ist Bürgermeisterin. Die hat immer zu tun. Aber weißt du was, Mara? Und ja, okay, du hast die zwei Regeln verstanden. Eigene Freunde. Bist du jetzt fertig mit deinem langweiligen Vortrag? Ja, gut, jetzt kannst du gehen. Jetzt geh in dein Haus und lass mich in Ruhe. Ciao, ciao. Okay, Leute, jetzt suche ich mir mal Freunde. Und ich glaube, ich weiß auch schon, wo ich damit anfange. So, wo ist Baby René? Das kann doch nicht sein Ernst sein. Ich meine, wir sind doch Geschwister. Da muss er sich doch auch für mich einsetzen, dass ich hier gut Anschluss finde in Adopt Me City. Baby René. Ach egal, ich habe keine Lust, den jetzt zu suchen. Ich gehe jetzt in die Stadt und dann gehe ich in die Schule. Endlich, zum ersten Mal gehe ich in die Schule und ich hoffe, dass ich dort sofort Freunde finde. Hey, Jenny. Wollen wir vielleicht befreundet sein? Nicht? Oh, okay, aber du hast ein ziemlich cooles Känguruf. Hey, Anna. Hi. Wollt ihr vielleicht mit mir befreundet sein? Oh, auch nicht. Oh, okay, nein, kein Problem. Ich verstehe das schon. Kein Thema. Ihr kennt mich ja nicht. Hi, ist jemand hier? Oh. Niemand mehr da. Hi, Mr. Fizzy. Haben Sie vielleicht irgendwie sowas wie AGs oder so? Ich suche momentan noch nach Freunden. Vielleicht könnten wir ja befreundet sein. Auch nicht? Oh, ähm. Nein, das ist natürlich überhaupt gar kein Problem. Nein, mein Bruder möchte nicht, dass ich mit seinen Freunden befreundet bin. Ist schon okay. Dankeschön. Oh Mann, Leute. Das war ja echt ein totaler Reinfall. Also für so einen ersten Schultag, muss ich sagen, war das schon echt ziemlich blöd. Vielleicht finde ich ja irgendwo, irgendwo anders in Adopt Me City jemanden, der mit mir befreundet sein will. Wollt ihr vielleicht mit mir befreundet sein? Ich weiß, Baby Claudio ist nicht so besonders begeistert von mir, aber das liegt nur daran, dass wir eben Geschwister sind, da ist das manchmal so. Aber eigentlich bin ich ganz nett und ich habe eine ziemlich hübsche Haarfarbe. Das ist meine Naturhaarfarbe, wollte ich nur mal dazu sagen. Also ich glaube, ich suche einfach mal weiter hier in Adopt Me City noch nach Freunden, aber momentan sieht es, glaube ich, ziemlich mau aus. Hier ist ja auch überhaupt niemand unterwegs. Oh, ich könnte mal noch auf diese Adoptionsinsel dort schauen. Dort sind immer viele Leute und auch viele coole Leute. Hallo. Hey, hi, ich bin Mara. Oh, cool. Guck mal, die haben ja alle ein Schweinchen. Oh, wie süß ist das denn? Hi, kann ich mit euch befreundet sein? Oh, nur wenn ich ein Schweinchen habe. Oh, oh. Okay. Kein Problem. Du hast ja einen coolen Dino. Der ist ja total aus Knachen und so. Oh, du redest gar nicht mit mir. Nein, überhaupt gar kein Problem. Leute. Okay. Ähm. Okay, wenn jetzt niemand hier mit mir reden möchte, dann... äh, dann gehe ich, glaube ich, einfach mal, oder? Oh, Mann. Jemand will mit mir befreundet sein. Also, so schlecht ging es mir noch nie. Ich glaube, ich setze mich einfach hier drunter und bin ein bisschen traurig. Naja. Naja. Vielleicht bin ich ja noch jemand. Jemand. Bis zum nächsten Mal.